Guten Tag, ich freue mich auf den Freitagabend, unser Konzert hier im Auditorio de Tenerife. Im Zentrum des Abends steht ein Werk von Piazzolla, Cuatro Estaciones Porteñas, die vier Jahreszeiten aus Buenos Aires. Es geht um Tango-Musik und wer Tango sagt, sagt auch Melancholie, Passion, Leidenschaft und natürlich Tanz. Und diese drei Begriffe, diese drei Charakteristiken finden wir auch in den beiden anderen Werken des Abends von Debussy aus den Nocturne und in der ersten Sinfonie von Jean Sibilius.